Thomas, ein Schüler der dritten Klasse seiner heimatlichen Volksschule, erschrak, als er zufällig den Kalender studierte und aufmerksam die Tage bis zum Heiligen Abend zählte. Um Himmels Willen, nur noch so wenige Tage. Er hatte dem Christkind immer noch keinen Brief geschrieben, aber das wollte er sofort nachholen, auch wenn dafür die Hausaufgabe warten musste. Er besorgte sich sofort Papier und Schreibzeug und setzte sich zum Tisch. Vater und Mutter waren ohnehin im Stall, um die Tiere zu versorgen. Ah, noch etwas fiel ihm da ein. Ja, das durfte er nicht versäumen. Er ging zur Haustür und öffnete dieselbe Sperrangel weit. Dann lief er zu den Fenstern und machte diese ganz weit auf. So, und nun noch zur Stubentür. Die gleiche Prozedur. Jetzt war er so weit. Nun konnte er seine Wünsche zu Papier bringen. Das tat er auch. Aber mit einer derartigen Lautstärke. Ja, er schrie jedes Wort, das er niederschrieb, das von zwei angrenzenden Nachbarn es noch zu hören gewesen war. Liebes Christkind, bitte bringe mir am heiligen Abend ein Paar Ski und dazu einen Sturzhelm, so einen wie mein Schulfreund Michael schon einen hat. Ja, und wenn dir Geld übrig bleibt, er schrie noch immer über Gebühr laut, dann bring mir bitte noch eine Trompete und einen Notenstander. Die Mutter rannte, nachdem sie ihren Sohn derart schreien gehört hatte, vom Stall in die Stube und unterbrach ihn forsch. Ja, sag einmal, was schreist du denn so beim Schreiben? Das Christkind ist doch bestimmt nicht taub. Trotzig setzte sich Thomas wieder in seinen Stuhl zurecht und erwiderte bestimmt, Das weiß ich eh, Mama. Aber die Oma hört schlecht. Sprichwort Jörg Dr Boost Dr Dr